Musik Scharfer Gegenwind für die Regierung Assad in Syrien. Wegen des blutigen Vorgehens gegen Demonstranten schließt die Arabische Liga Syrien bis auf weiteres von allen Treffen der Organisation aus. 80 Länder stimmten für diesen Schritt. Die syrische Führung geht unterdessen weiter brutal gegen die Demokratiebewegung vor. Laut Menschenrechtsaktivisten töteten Sicherheitskräfte gestern erneut 20 Regierungsgegner. Diese Privataufnahmen sollen Demonstrationen in den Städten Homs und Idlib zeigen.